Willst du Kapital? Bratan, was brauchst du? Ich brauch nichts. Was willst du denn hier? Wie wärs, wenn ihr einfach um die Ecke geht, könnt ihr auch verkaufen. Okay? Wie wärs, wenn du dich verpiss, Digga? Ich verkauf hier seit zehn Jahren. Ich verkauf, wo ich will. Ja, einfach um die Ecke. Mein Chef sieht das nicht so gerne. Digga, was für um die Ecke? Ich verkauf seit zehn Jahren. Was ist auf die Fresse von ihm? Habt ihr verstanden? Mach ruhig, Digga. Was? Ich verkauf, wo mein Schwanz wusste. Habt ihr verstanden? Ja! Was für auf die Fresse, Digga? Braaa! piece du fünf alarms turnst? Ja! Ich zielle. Nein! Ich katsche als in My Thinking. Ich küsste. denn Maß dass du dich 3 aufhечь pairjasht? Ich trage mich mit ihr. Oh, man! Ja, oh, bravo das. Danke, danke. Danke, danke.